Servus Leute, heute gibt es eine wunderschöne Nocket Map zum Downloaden. Vielen Dank an Zocker42, LanLog14 und Choozy Dock, dass ihr mir diese mega nice Map eingesendet habt. Falls du öfters gerne Baututorials, Serverstellungen und Maps zum Downloaden sehen möchtest, abonniere sehr gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich wenn du dieses Video feierst, würde ich mich mega über ein Däumchen nach oben freuen, aber nun, hätte ich gesagt, gehen wir zu den nicesten Cinematics von Becranix und schauen uns die Map an. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.